hallo leute ich bin es wieder euer coach jan es geht weiter mit super mario adverts wo ihr letztens stecken geblieben sind wegen solchen scheiß marshmallows es geht weiter kommt er perfekt ich will das noch haben nein so knapp geschafft marshmallow nein nicht auf die nüsse gehen jetzt kommt bestimmter marshmallow ich wusste es egal hier ist es was sie sagen wollte ich will wissen wo der marshmallow hergekommen ist so und stirbt und jetzt kommt bestimmt ein marshmallow okay geschafft super du wie konnte es darüber laufen das ist unmöglich marshmallow das geht nicht komm her endlich rumrutschen mario lauf 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 oh das war knapp da sind ja letzten so stecken geblieben ich nehme mal luigi vielleicht ist er besser in diesem level hoffe ich mal er war irgendwie klar weg scheiß fisch scheiß marshmallow oh nein mario mann mann mario du kackst noch langsam ab langsam merke ich luigi mehr als mario merkwürdig oder mann ich das langsam oh das war knapp okay was ist das denn okay eine tier bitte ein pilz super ein pilz für uns leben dazu super und jetzt wohin mit uns wie eine rakete hä hä ok so dafür brauchen luigi mann okay geschafft jetzt brauche ich noch die letzte münze was hat das denn er spuckt der feuerbälle scheiß scheigai stirb ey mann das war knapp du continue ich gebe nicht auf ich mach weiter ich lass mich doch nicht von solchen scheiß marschen bin ich denn ok 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 ja luigi ist besser für dieses level dies lesen die gleiche die 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 steht bekomme ich den noch das war knapp nicht noch mal hier super bitte ja geschafft ganz ganz super und bisher nur ein leben verloren es kommt wieder die rakete fliege und sieg wieso ist die boss musik hier das verstehe ich nicht wieso ist die boss musik da nicht marshmallow wartet mal kurz bin wieder da es geht weiter ich wusste es was soll die scheiße luigi luigi und ich bin noch so klein das ist auch so ein problem ich werde größer werden das war knapp hey lass mich raus das war zu knapp jetzt auf einmal schaffe ich das ok ich habe eine idee was sie machen kann die probiere ich mal gleich aus na klar ich habe nichts anderes erwartet ja der marshmallow will mich angreifen komm her du stirb werde größer und so habe ich das auch bekommen und der ist jetzt wieder da keine ahnung wieso weil ein homo öster homo ein herz klar diese holzteile da unten sehen aus wie gesichter ich weiß auch nicht wieso guckt das sieht aus wie ein gesicht da da und das smiley und die nase die kate die kate du scheiß ich hab's geschafft ich hab's geschafft super kurs clear kein bonus nur problem ist wieder luigi erst wie viel besser als mario hmm Quega egies Sonic ist wieder weg em wie he los größer super pflanzen und nein nicht wieder die arme urteile das war klar das war irgendwie klar aber kein problem okay ich hasse diese eisfeld ja schneller 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 wartet mal oder ja wartet mal kurz ja man so leute ich habe noch geguckt ich muss meine aufnahme jetzt beenden wir sehen uns im nächsten paar damit sage ich mal tschüss